Murphy, Krankenträger im Gallipoli-Feldzug Geschichten aus dem Ersten Weltkrieg spielen fast ausschließlich in rattenverseuchten französischen und belgischen Schützengräben. Aber natürlich wurden überall auf der Welt schreckliche Schlachten gekämpft. Eine der schlimmsten war der Gallipoli-Feldzug, bei dem ein Esel namens Murphy viele verwundete Männer rettete. Am 25. April 1915 landeten Soldaten aus Australien und Neuseeland in der Bucht von Gallipoli in der Türkei. Sie sollten die britischen und französischen Einsätze dabei unterstützen, die Türkei, die auf der Seite der Deutschen stand, auszuschalten. Der Plan war, die Halbinsel einzunehmen und von dort landeinwärts zu rücken. Doch die Türken schlugen erbittert zurück und so blieben die Alliierten in der Nähe der Strände, an denen sie gelandet waren, eingeschlossen. Allein an diesem ersten Tag wurden 650 Männer getötet und über 1000 verwundet. Ein Blutbad. Unter den Männern, die in Gallipoli landeten, war John Simpson, ein Träger von tragbaren und geunfähigen Soldaten bei der dritten australischen Feldambulanz. Er sollte die Erstversorgung der Verwundeten leisten und sie dann zum Strand bringen, von wo aus sie evakuiert werden konnten. John Simpson, als John Kirkpatrick, Sohn schottischer Eltern in South Shields geboren, hatte eine bewegte Vergangenheit. Er hatte in den Schulferien als Eselführer am Strand gearbeitet, ehe er mit 16 eine Ausbildung zum Kanonier in der Territorialarmee machte und dann zur Handelsmarine ging. Das war jedoch kein Leben für ihn. Er hasste es so sehr, dass er im Mai, als sein Schiff in New South Wales anlegte, von Bord ging und nicht zurückkehrte. Er reiste durch Australien und nahm eine ganze Reihe von Jobs an, unter anderem als Goldwäscher, Zuckerrohrschneider und Kohlebergbauarbeiter. Der Ausbruch des Ersten Weltkrieges gab ihm die Möglichkeit, sich neu zu erfinden. Unter dem Mädchennamen seiner Mutter, Simpson, trat er dem Australian and New Zealand Army Corps, ANZAC, bei. So kam es, dass er sich in den frühen Morgenstunden des 26. April mit einem Verwundeten auf den Schultern am Strand von Gallipoli wiederfand, um ihn zum Verbandsplatz zu tragen. Da sah er einen Esel. Esel waren lange die heimlichen Helden der Schlachtfelder gewesen. Im Ersten Weltkrieg wurden ganze Karawanen, 200 gleichzeitig, eingesetzt, um lebenswichtige Güter zu den Truppen zu bringen. Wobei es üblich war, sie mit dem Dreifachen ihres eigenen Körpergewichtes zu beladen. Meistens waren sie im Schutz der Dunkelheit unterwegs, um Lebensmittel, Essen, Kleidung, Töpfe und Pfannen und, wichtig, Wasser zu befördern, während um sie herum geschossen wurde und Bomben explodierten. Als Simpson den Esel sah, verstand er sofort, wie viel einfacher es wäre, Verwundete mit seiner Hilfe zu transportieren. Und so wurden die beiden ein Rettungsteam. Jeder wusste von ihnen. Und später fragten viele, macht der Kerl mit dem Esel noch weiter? Simpson und sein Esel Murphy machten weiter. Captain C. Longmore erinnerte sich 1933 in einem Interview, wie die Soldaten ihn gebannt aus den Schützengräben beobachteten. Es war einer der erfreulichsten Anblicke in jenen frühen Gallipoli-Tagen. Manche sagen, Simpson habe während seiner Zeit in Gallipoli mit mehr als einem Esel gearbeitet. Mit Duffy und später mit Jenny, Queen Elizabeth und Abdul, ehe der letzte, Murphy, zum Einsatz kam. Ihre Arbeit sei äußerst gefährlich gewesen, da sie unter ständigen Beschuss aus allen Richtungen standen. Andere berichteten, es habe sich um ein und denselben Esel gehandelt, den schneidigen kleinen Murphy. Jedenfalls war er es, der legendär und ein äußerst beliebtes Maskottchen des Anzac wurde. Berichte über ihre Tapferkeit erreichten bald auch Simpsons Vorgesetzte. Einer von ihnen, Colonel, später General John Monash, schrieb, Der gefreite Simpson und sein kleines Tier verdienten sich den Respekt aller am oberen Ende des Tals. Sie arbeiteten Tag und Nacht und die Hilfe, die sie den Verwundeten leisteten, war von unschätzbarem Wert. Das Militär war so beeindruckt davon, wie es die Esel schafften, die Verwundeten so schnell über das zerstörte und gefährliche Gelände zu befördern, dass danach große Gruppen von Eseln bereitgehalten wurden, um den Krankenträgern zu helfen. Alle Esel trugen ein Stirnband des Roten Kreuzes. Am 19. Mai 1915, beim dritten Angriff auf die Anzac-Bucht, wurde John Simpson im Alter von nur 23 Jahren durch Maschinengewehrfeuer in Schrapnel Valley getötet. Am Strand in Hellspit, am südlichen Ende der Bucht, wurde er begraben. Was aus Murphy wurde, ist weniger klar. Aber Berichte geben einen Hoffnungsschimmer. Soldaten legten oft weite Strecken zurück, um ihre Tiere in Sicherheit zu bringen. Auf dem Schlachtfeld bedeuteten sie für die Männer eine Verbindung nach Hause und gaben ihnen einen Grund, weiterzukämpfen. Um Tiere musste man sich kümmern. Sie waren ein willkommener Gegenpol, zu Gewehren, Bomben, Läusen und Schmutz. Selbst Offiziere hielten angeblich welche, obwohl es gegen die Regel verschließ. Ein auf den 21. März 1916 datierter Brief an Captain Charles Bean, einen offiziellen australischen Kriegsberichterstatter, der versuchte, etwas über Murphys Schicksal in Erfahrung zu bringen, lautete Sie werden sich freuen zu hören, dass Murphy sicher evakuiert wurde. Aber an dem Abend, als er in Matuos ankam, eine nahegelegene griechische Insel, verschwand er und obwohl alle umliegenden Dörfer durchsucht wurden, fand man keine Spur von ihm. Ich glaube, dass er von Australiern aus der Schusslinie genommen wurde, denn er trug zwei riesige Schilder mit der Ausschrift Murphy, V.C. Bitte sorgen Sie für ihn. V.C. Victoria Cross Ich hoffe, dass es so ist und dass er jetzt bei Ihnen ist. Meine Männer haben mich angefläht, ihn wegzubringen. 1997 wurde der Esel Murphy in Anerkennung seines Dienstes posthum mit dem Purple Cross der RSPCA, Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, in diesem Fall dem australischen Ableger des Tierschutzvereins, ausgezeichnet. Das war's für mich, dass er in Anerkennung seines Dienstes in Anerkennung seines Dienstes in Anerkennung ist. Das war's für mich.